Hallo ihr Lieben, hier ist Carly S. von Kreatives Leben. Hi everyone, this is Carly S. von Kreatives Leben. I'm a mixed media artist and on my channel you can find everything around mixed media and art journaling. So if this is your thing, don't forget to subscribe to my channel and to hit the notification bell. Ich bin eine mixed media Künstlerin und auf meinem Channel findest du alles zum Thema art journaling und mixed media. Und falls das dein Ding ist, vergiss nicht meinen Channel zu abonnieren und natürlich die kleine Erinnerungsglocke anzuklicken. Heute zum Frauentag habe ich beschlossen ein Bild über Pippi Langschrift zu malen. Ich finde sie ist ein tolles Mädchen, ein tolles Vorbild für uns und für unsere Töchter, also passend zum Thema. Today, for the Women's Day, I've decided to paint Pippi Langstocking. I think she's a great role model for us as well as for our daughters. So, it's a perfect fit for today. Heute ist Frauentag und ich nehme teil an einer Videocollaboration. Today, I'm taking part to an Art Collaboration for the International Women's Day and I'm really excited. So, I will provide all the details below the video. So, make sure to check the other videos as well. Ich werde alle Details unter dem Video haben und stellt einfach sicher, dass ihr da nachschaut, was die anderen gemacht haben, weil das gibt sicher ganz tolle Sachen. Das ist im Rahmen der Facebook-Gruppe Live Art Journaling and Self-Development. This is coming out from the Facebook-Gruppe Live Art Journaling and Self-Development. Also, you will find gute Details below. So, for the Women's Day, I have decided to do a background first. My usual background, I'm just scribbling and then putting some ink on top of it. So, für diese Seite habe ich, so wie üblich, einfach mal in den Hintergrund angefangen, einfach so ein bisschen geskribbelt und dann diese wunderbaren Tinten benutzt und die einfach auf meine Seite verteilt. Ich habe es schon erwähnt, es handelt sich um eine Pipi-Langstrumpf-Seite, weil ich finde, die ist einfach toll, die schert sich nicht, die ist stark. Ich werde am Ende des Videos auch handlettering machen. Ich werde also einen tollen Spruch aufschreiben und den finde ich total puzzled. Der ist von Astrid Lindgren natürlich und heißt, Lass dich nicht unterkriegen. Sei frech und wild und wunderbar. Toll, oder? So, at the end, the quote that I will be using, that I will write down on this page as well, is a wonderful quote from Astrid Lindgren, the creator of Pipi-Langstocking, and it says, don't let them get you down, be cheeky and wild and wonderful. I just love this quote. I hope you enjoy the video as much as I enjoyed doing the page. Please don't forget to give me a thumbs up and looking forward to seeing you for my next video. Ja, ich hoffe, es gefällt euch, was ich da malen werde. Also ich werde Pipi malen und was ich schreiben werde. Und wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch von euch. Und dann bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Video. 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 Bis zum nächsten Video.